hey freunde willkommen zum heutigen test heute haben wir eine neun schuss batterie von classic im angebot für euch wir haben hier die naughty boy oder den lumpig wir haben ja auch wieder 72 gramm neun schuss und preis sich hat sich mit hat sie mir gekostet drei euro deswegen kommt sie in die kategorie batterien unter fünf euro ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen sie hat 20 millimetre kaliber und ja in dem haben wir schon geklärt alles weitere sehen wir draußen wie die so ist hat übrigens auch ein stand fuß unten falls man das so sehen kann weil kleine batterien haben natürlich die tendenz um zu skippen beim schießen also vor allem ist recht draußen so und das machen wir noch hier den lumpig gucken ob der so ein lumpig ist die letzten zwei schüsse waren eigentlich schön und 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 Bis zum nächsten Mal.